Stellbefehl dafür, nicht eben gucken. Es gibt aber ein Stellbefehl, da kann man eine Liste, eine Textliste angeben und dann wird alles, was in der Textliste drin ist, wird dann gebrannt. Aber ich würde das so machen, ich war dabei, eine Gui dafür zu entwickeln, das ist viel, viel einfacher. Ich zeige euch mal, eine Gui dafür. Das war's doch, was Sie hören wollen, genau. Und zwar, es ist nur jetzt, man denkt es nicht fertig, also das ist abgesehen. Das Neubu heißt Habanero, weil es passt dazu, das andere ist ja Calapeño und Habanero ist ja genauso, nur eben stärker. Ist das also, das kann ich mir sowas zeigen? Da kann man also jetzt schon eine Verzeihung drauf fahren lassen und das Verzeihung wird komplett gebrannt. Schmeißt du das mit auf unsere Party-CD? Ja, das ist überhaupt noch nicht fertig. Außer, dass er was anzeigt, ist noch nützlich, außerdenken. Achso. Weil jetzt die Kamera nicht brennen. Man kann sich nicht überfreuen, aber es wird keine Ratschung. Ja. Ich habe nur noch bis morgen Abend Zeit. So schnell bin ich noch nicht. Nein, also man kann ja jetzt hier beliebige Verzeihnisse fallen lassen drin und alle die werden auf die Blu-ray gebrannt. Egal wie viele. Und ihr seht, dass da unten automatisch mitgezählt wird, diese Megabyte. Da wisst ihr genau, aha, so viel Megabyte ist ich gerade drin. Also jetzt sind das 101, also 101 Gigabyte. Also wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber wir könnten manchmal nur 25 Gigabyte aufhören. Und SBP-2-Device ist dein Blu-ray, was du angeschlossen hast, da? Das ist das Firewire. Achso, das Firewire. Das ist bei euch auch alles so. Also wenn es Powerbook hat oder sonst irgendwie Mofferschenkern hat, ist SBP-2 immer Firewire. Über alle. Und das ist bei Moffers schon mitgeliefert? Ja, das Firewire-Device. Äh, nein, das müsst ihr bei den Jungen, wo ihr runterladen könnt. Oder aus Aminett, oder aus Moff-Zone, oder wo immer. Also das ist noch nicht drin. Wie hast du nochmal dieser Firewire-Dings von Moffers denn? Enelius. Enelius ist das denn. Enelius. Achso. Ja. So, ich habe also zum internen Anschluss von einem Blu-ray-Gerät kann ich mir nichts sagen. Also man kann natürlich intern mit dem Seiterkontroller anschließen, aber dazu kann ich euch nichts zu sagen. Also nicht zu selber austesten. Dann könnt ihr am Plikers auf zwei nehmen, die Blu-ray-Laufwerk rein, Sata-Controller rein und anschließen. Aber ich kann also nicht sagen, ob es funktioniert. Am einfachsten lässt ja beim Power-Mac G5 wahrscheinlich etwas anzubauen. Ja, ja. Direkt da. Würde ja auch das schützen, ja. Obwohl, nee, die Power-Punk haben ja auch nur IDE, ähm, DVD-Laufwerk, die G5. Die festplatten mit Sata, aber dann das DVD-Laufwerk, das ist auch IDE. Bei Power-Mac G5? Ja. Ja, kannst du einschauen da drüben. Hat noch den für 60-ohligen Stecker. Noch die festplatten. Naja, aber da kann ich natürlich nicht zu sagen, ob das an so einen Sata-Controller mit dem Geweiser schützt wird. Also ich kann nur sagen, mein Gerät an Fireware funktioniert. Das geht da los. Übrigens noch nebenbei gesagt, also die Videofilme für Instant Alone Blu-ray-Player müssen nicht zwingend verschlüsselt werden. Diese Sata-Controller können auch mit unverschlüsselten Videos arbeiten. Und die Programme, die es im Internet gibt, die produzieren hier die unverschlüsselten Videos. Ähm, wenn ich mal zufällig auch so einen ISO stoße, vor allem an der Blu-ray, dann werde ich vielleicht noch mal hingehen und ein Autorienprogramm für Bu-ray schreibe. Weil sowas gibt es ja für Linux, aber für MoFos gibt es ja nicht. Da muss man natürlich wieder dran setzen. Das würde man dann wahrscheinlich irgendwie mit dem M-Player oder anderen Co. dann umwandeln, wie die Videofilme? Ja, ja, also die Videofilme-Dateien, die auf allen Blu-ray-Playern laufen, sind die M2V-Dateien. Also da sind die, die an den Playern standardmäßig laufen müssen, weil die auch unter Blu-ray verwendet werden. Ja, das ist soweit zu Blu-ray. Schönes Becker. Jetzt kommen wir zu der zweiten Sache. Rüber. Und zwar, ändern wir das Zeitpunkt nicht. Löschen. Rüber. Ich habe einiges getan. Hier oben sind Tabletoren, das ist allerdings nicht weiter tragisch. Man kann einfach nur mit Tabletta springen. Man kann dann verschieben in Echtzeit alle. Also das ist eher so eine Kleinigkeit, die ich dabei eingebaut habe. Ähm, wichtigste Neuerung, die, also viel diskutiert worden sind, ist über den Barcode-Generator. Da haben sich viele gefragt, was soll der Kappel-Kram einfällt. Braucht ja kein Mensch. Aber, wenn ich sehe, ähm, dass der QR-Code so entzeugen kann, und wenn ich sehe, wo die Dinger überall draufklägen und packen, ich denke, warum soll man kein Editor für den Dinger haben. Kann ihn einfügen, dann hat man die hier drin, kann sie irgendwo auf seiner Visitenkarte oder sonst wo draufdrucken. Kann ihn hier mit seinem Handy abscannen und schon hat man eine Adresse, eine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas. Bei der andere Barcode, äh, ist auch sowas, ist ein normaler Strichcode. Das ist ein normaler Strichcode, also ist eigentlich weniger besorgen. Wenn man Strichcode lesen geht, hat man ja zu Hause nicht. Es gibt aber auch Apps für, die das können. Die Apps, die QR-Code können, können auch vielfach die normalen Striche gut. Ja, 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 gibt es ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. Was ich für wichtiger halte, ist das Nächste. Etiketten und Visitenkarten. Es gibt unter Moffet S und Amiga kein Programm, womit man Visitenkarten erstellen kann, womit man vernünftig Etiketten erstellen kann, ohne dass man sich alle 10 Finger abbricht. Beim Platzieren von den einzelnen Karten manuell unter Paint Screen oder unter Draw Studio. Und das hasse ich. Dieses künstliche, komplizierte. Und da habe ich einfach das mal selber mal in die Hand genommen mit rüber und habe ein Tool dafür entwickelt, was es automatisch anordnet. Und zwar sieht man die Anordnung, das sind DIN A4-Seite, am Klausel und Vorschau. Und hier gibt es eine ganze Menge Fonds-Einstellungen. Beziehungsweise für Every-Zweck-Form, Business-Karten und Data-Becker-Business-Karten. Kann man nur alle denklichen Größen auswählen. Data-Becker kannst du rausnehmen, die machen nächstes Jahr in Lams und 4. Achso, ja, kann man abwählen. Ja, wer weiß, ne? Ja, wie ist denn nur die Größe der Karte? 5,8 x 55 Millimeter oder 90 x 50? Wer ist Data-Becker? Da braucht man, also von den siebten Karten, braucht man ja immer nur ein, zwei Karten editieren. Selber unten einfach die Maße selber eingeben. Genau, ja, die Maße selber eingeben, das geht ja. Man braucht immer nur ein, zwei siebten Karten oder ein Etikett zu editieren, und dann hat man die ganze Seite praktisch fertig. Und kann man da selber weitere Formate hinzufügen? Also, äh, für Etiketten und, äh... Ja, man kann jetzt momentan immer nur bei Nutzerwahl sein Maß eingeben. Aber es gibt dann, äh, die Möglichkeit, die Anzahl der Etiketten oder Visiness-Karten auf einer Seite zu ändern, indem man mehr Spalten hinzufügt oder abzieht, oder Zeilen hinzufügt oder abzieht. Also, je nachdem, wie viel denn da auf einem Bogen tatsächlich auftauchen sollte. Denn Skriber berechnet ja die maximale mögliche Anzahl von Etiketten, die identifiziert werden können. Und das kann sich mit dem tatsächlichen, mit dem tatsächlichen Bogen einfach unterscheiden. Deswegen kann man hier welche Zufügen an Zeilen oder abzielen, dass das so wieder hinkommt, in der Maße. Aber ich hab das, ich hab das selber ausprobiert, das geht. Also, es kann auch mal sein, dass die Hersteller manchmal eine Zeile wegnehmen, damit es billiger wird, oder, äh, oder eine Zeile hinzufügen, ne, als mehr als... Also, gibt es so tollste Sachen, ja. Und dann kann man die Etiketten extra exportieren, als PDF, wenn man, äh, sie weiterhin behalten will. Mal sehen, das kann man hier mal ein bisschen testen. Ne, dann kann man immer wieder hier im Top-PDF ausdrucken lassen, die Dinge haben. Oder man drückt sie eben eben selber aus, bis entsprechende Anzahl der Kopien immer. Wenn man sagt, ich brauch 10 Kopien, oder 10 Scha... äh, 10 Bögen Etiketten nimm, dann krieg ich eben jetzt 10 ein, und drücke dann einfach. Fertig. Kann ich die denn jetzt, äh, nur als PDF exportieren, oder auch als, als Criba-Datei abspeichern, sodass ich die auch noch mal verändern kann? Nur als PDF, weil das ist ja nur, ist ja nur, ist ja nur eine, eine Hilfszugung, also nur, wenn man die überhaupt Etiketten machen kann. Man kann, kann natürlich das hier abspeichern, diese Vorschlaganschau-Gange, äh, kann man sich abspeichern, und dann... Ja, könnte ich ja per, per, äh, Zwischenablage das wieder einfügen. Ja, genau. Das ist eigentlich nur eine Hilfszugung, damit ich vernünftig Etiketten machen kann. Ja, so. So, dann gibt es, ähm... So, dann gibt es ein Tool, was auch neu ist, Professional PDF. Damit ist jetzt endlich wieder mal möglich, verschlüsselte PDF-Dateien zu erstellen, oder auch Dateien, die man komponieren kann. Also, ich kann im Prinzip genau das, was mein interner Exporter kann, also dieser hier, so eben, dass er verschlüsselt kann, entsprechend, oder, ähm, PDF-A-konform ist. Ja, was ist denn PDF-A-konform? Was heißt das, na? Das ist, ähm, wenn man die Dateien an einem Amt, oder an eine Gemeinde schickt, die erfordert, oder auch an, eine so bereichlich schickt wird, dann erfordern sie, ähm, dass die Dateien PDF-A-konform sind. Das ist ein schütter Standard, die wir erfüllen müssen, damit die Gegenstelle, die überhaupt lesen kann. Deswegen, also das ist eine offizielle Richtlinie, denn, wenn die Dokumente, ähm, ähm, per XML-Nummer, ähm, formatiert, und dann, äh, können die Gegenstelle das problemlos lesen. Also das ist eine Richtlinie von Emton, von Großdruckerei, und sowas alles. Also wenn man, äh, äh, mit Profferschnitt BDF, BDF-Dokumente erzeugt, und man wegen BDF-A-konformität auf 1A oder 1B stellt, da weiß man, jede Dokumente im Land kann die auch lesen, oder jedes Amt, oder jede Behörde, kann das Dokument entgegenlegen. Was bei diesen Möglichkeiten nicht immer das Problem, dass es funktioniert. Aber ist dann nicht zwangsläufig verschlüsselt, sondern kann man dann verschlüsseln? Kann man aber auch unverschlüsselt erzeugen? PDF A? Ja, ja, man kann belegen. Man kann verschlüsselt, unverschlüsselt, kompromieren und verschlüsselt, unkompromieren und verschlüsselt. Wo ist der Unterschied zwischen 1 A und 1 W? Das ist dann die Konform... na, Konform... na, Konform... Konformitätsgröße ist das. Also 1 W ist wieder konformer als 1 A. Also wenn ein Amt, zum Beispiel wenn man das PDF nicht lesen kann, mit PDF A 1 A, dann muss man eben auf PDF A 1 B umschalten. Aber eines von den beiden muss man lesen können, weil das ist ein Standard in Deutschland. Oder wenn eine Großdruckerei Daten drucken soll und es einfach nicht lesen kann, dann muss man von 1 A auf 1 W, dann 1 von den beiden muss es können. Ansonsten taugt ihr Programm einfach nichts. Also das ist nur eine Einstellung der Spielregeln, womit sich der Empfänger halten muss, damit er überhaupt was lesen kann. Wenn du das nicht exportieren würdest, dann kann es passieren, dass in der Druckerei zum Beispiel nichts lesen kann. Oder dass ein Amt, wie in Deutschland, ein Dokument nicht öffnen kann. Mit dieser Funktion kannst du garantiert lesen und garantiert gehen, was du öffnen kannst. Also für eine My-Duser ist es im Prinzip egal, wie eingeschaltet oder ohne. Nur wenn man Dokumente an den Amt schicken will, dann muss man das hier exportieren. Dann weiß man, aha, das können die garantiert lesen. Jetzt kommt ein Logo pro Elter, da wüssten die überhaupt nicht was das ist. Ja, ich auch nicht. Ja, es soll einfach ein simples Logo erstellen. Mal wegen Negner, jetzt kann man hier daraus einen schönen Kreis vor. Kann man den schön krumm liegen.